Herzlich Willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Heute geht es um Chainlink. Habt ihr euch gewünscht? Ich habe in der Telegram Gruppe eine kleine Umfrage gemacht, welcher Altcoin als nächstes. Da wird es auch jetzt jeden Tag eine kleine Umfrage geben, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Ihr habt euch mit großer Mehrheit für Chainlink entschieden. Deswegen gibt es heute eine kleine Analyse, wie es kurzfristig, langfristig und mögliche Einstiege anbelangt. Schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video nochmal ein bisschen genauer an. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert schon mal den Kanal. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Drückt auf die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Altcoin Update Video reinkommt. Und wie gesagt, kommt gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe rein. Und wenn ihr die ganzen Altcoins kaufen wollt, die wir besprechen, meldet euch gerne auch bei BingX an. Dort könnt ihr eigentlich alles zum größten Teil kaufen. Auch Low Cups mittlerweile. Gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. So, jetzt aber keine Zeit verlieren. Wir gehen rein in die Analyse. 12,66 Dollar momentan bei Chainlink. Wir hatten unseren größeren Bullrun hier schon gehabt, nachdem wir letztes Jahr im Bärenmarkt ordentlich hier unten in dieser Preisrange zwischen 5 Dollar und 7 oder knapp 8 Dollar eingekauft haben. So, ich kann mich noch gut dran erinnern, dass wir da monatelang einfach immer wieder gesagt haben, boah, irgendwann muss doch mal diese Breakout kommen. Immer diese Range, immer dieses Hin und Her. Wenn wir hier oben waren, so kannst du wieder Short gehen und so weiter und so weiter. Bis dann das große Breakout kam. Das war dann hier im Oktober 23. Und dann ging die Reise relativ gut nach oben mit knapp 200% Push. Wir haben unser Top hier oben bei 22,95 gefunden, bevor es dann aber auch schon wieder vorbei war und wir den größeren Abverkauf gesehen haben. Das war so dieser kleine Bullrun bei Chainlink. Wir sind hier mittlerweile schon, also zumindest die, die hier unten in diesem Preisbereich eingekauft haben, mittlerweile schon deutlich, deutlich im Plus. Ich habe auch meinen Einsatz mittlerweile schon rausgezogen. Trotzdem lohnt sich meiner Meinung nach Chainlink immer mal wieder noch auf dem Schirm zu haben. Vor allem, weil wir hier sehr, sehr viele interessante Zonen haben. Vor allem derzeit sage ich jetzt einfach mal, diese Range müssen 12,20 bis knapp 11,10 Dollar rum, kann man schon so grob sagen, ist so dieser erste größere Supportbereich. Auch wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit die Linie einfach weiterziehen. Einerseits natürlich hier hatten wir die ganze Zeit immer wieder noch ein bisschen Widerstand gehabt, hatten jetzt aber auch hier schon guten Support gehabt. In der Vergangenheit aber auch das gleiche, Widerstand und dann hier zweimal Support, bevor wir dann in den Bärenmarkt eingetaucht sind. Deswegen diese Zone hier ist für alle, die jetzt sage ich mal noch nicht in Chainlink investiert sind, vielleicht so dieser erste kleine Ankerpunkt, wo man sagen könnte, okay, 25% hier vielleicht die erste Position zu eröffnen. Also Spotkäufe, wir reden jetzt hier gerade nur von Spotkäufen, nicht von irgendwelchen Hebelkäufen. 25 bis 50%, um nur mal in den Markt reinzukommen, ist hier meiner Meinung nach nicht wirklich verkehrt. Die zweite sehr, sehr interessante Zone wäre dann aber auch schon in Richtung Bärenmarkt-Tiefs und das liegt hier unten bei ca. 8,18 Dollar. Warum 8,18 Dollar, beziehungsweise 8,18 Dollar bis 7,75 Dollar? Das ist eben das Top der Range, was wir letztes Jahr im Bärenmarkt gebildet haben. Und wenn wir hier einfach mal nur in den 4-Stunden-Time-Film uns das auch mal ein bisschen genauer angucken, sehen wir, dass wir hier halt einen sehr, sehr impulsiven Anstieg damals gehabt haben. Also ab hier wirklich Ende Oktober rum hatten wir tagelang nur dicke grüne Candles nach oben. Dann hat es ein bisschen abgeflaut, es gab normalere Anstiege, sage ich jetzt einfach mal, aber hier unten haben wir eine größere Ineffizienz hinterlassen. Und diese sehen wir nicht nur auf dem 4-Stunden-Time-Film, das ist schon mal Step 1, wenn man sie da sieht, aber die haben wir natürlich auch auf dem Daily-Time-Film. Und das schauen wir uns hier auch nochmal an. Da sehen wir es ganz gut über Tage fette grüne Candles, da kam das Volumen in den Markt. Das heißt für mich grundsätzlich, ihr kennt es bei XRP oder sonstigen anderen Altcoins, werden diese Ineffizienzen hier immer wieder abgeholt. Früher oder später holt sich der Markt die Liquidität, die er braucht und danach sieht es auch möglicherweise, wenn wir Bitcoin noch einmal deutlich tiefer sehen würden. Und das rede ich jetzt zwischen 48 und 52 oder sogar bei 40.000 US-Dollar werden wir auch Chainlink in diesen Preisbereichen nochmal sehen. Weshalb ich wirklich dazu sagen würde, okay, der nächste oder die nächste dickere Kaufzone wäre dann auch hier wieder dieser Preisbereich. Dann hätte man, sage ich mal, einen sehr, sehr guten DCA erwischt. Zwischen, ich sage jetzt mal, 8 bis 12 Dollar würde man dann bei 10 Dollar landen, also genau hier im Endeffekt, wo dann dieser Anstieg gestoppt hat. Aber man hat hier guten DCA betrieben. Ihr müsst es nicht so machen. Wir haben es im Bärenmarkt natürlich immer wieder gerne so gemacht, weil im Endeffekt was willst du machen? Du wirst nie diesen perfekten Entry einfach finden. Den wirst du nicht finden. Verabschiede dich von dem Gedanken, auch wenn du das von manchen hörst. Ja, du musst hier an diesem Preisbereich kaufen. Das erzählen euch auch die Altcoin-Season-Leute, die seit Monaten eine Altcoin-Season herbeireden und jetzt sagen, oh, ich habe es euch doch gesagt. Nee, habt ihr nicht. Da bitte aufpassen. Lieber DCA in den Markt, bedacht in den Markt gehen und nicht all in, nur weil ihr jetzt eine Kaufzone gehittet habt. Das macht meistens keinen Sinn, bringt euch nur Schwierigkeiten und dann seid ihr irgendwie mit der Position 40, 50% im Minus. Was macht ihr dann? Ihr habt kein Kapital mehr und müsst dann eventuell noch ein paar Monate ausharren. Deswegen lieber zwei, drei Kaufzonen suchen mit diesen Arbeiten. Wenn nur eine getriggert wird, seid froh, dass ihr überhaupt im Markt seid. Wenn beide getriggert seid, ärgert euch nicht, dass ihr nicht beim zweiten Entry dann all in rein seid. Das macht keinen Sinn, das hat alles auch ein bisschen Kopfsache zu tun und das müsst ihr euch einfach aus dem Markt so ein bisschen verabschieden. Aber das ist völlig normal, mit der Zeit lernt ihr das auch. Ansonsten das so mal grob die Kaufzone. Wir ziehen uns mal noch das FIP-Level von unserem Tief bis zu unserem Top. Da sehen wir auch, okay, wir befinden uns momentan ein bisschen im Golden Pocket. Was uns etwas Unterstützung gibt, bringt uns aber ehrlich gesagt auch nichts. Wenn Bitcoin jetzt nochmal Richtung 48 bis 52k geht, auch dann bricht der Alkoholmarkt ein. Momentan ein positives Zeichen, auch für die Kaufzone. Okay, wir befinden uns im Golden Pocket übergeordnet. Wenn wir sogar uns auf unser Bärenmarkt tief mitnehmen, haben wir auch noch wirklich diese ganze Kaufzone Luft. Deswegen deckt sich diese Kaufzone auch gut mit unserem Fibonacci Retracement Level. Jetzt wollt ihr aber bestimmt noch wissen, was so meine Preisprognose für den Bullrun ist. Da muss ich euch aber ein bisschen enttäuschen. Also ihr wisst, ich bin kein Fan von exorbitant hohen Preisprognosen. Wir ziehen uns mal ganz kurz das Fib-Level von unserem Bullenmarkt hoch bis zu unserem Bärenmarkt tief. Da wäre ich schon glücklich. Und deswegen jetzt auch mal, wenn ihr dann diesen Einstieg eben kriegt bei 10 Dollar, wenn wir hier in Richtung 36 US-Dollar hochgehen. Das ist das Golden Pocket. Wir ziehen uns jetzt einfach mal ganz kurz eine Preisprognose bis hier hoch. Wären 265 Prozent, jetzt sagen wahrscheinlich viele, das ist aber bearish, macht erstmal 265 Prozent im Markt. Möglicherweise sogar, wenn ihr aus Deutschland kommt und ein Jahr haltet, dann auch noch steuerfrei. Dann seid ihr froh darüber. Alles, was on top kommt, seid einfach froh darüber. Nehmt es dann extra noch mit. Aber das ist so erstmal so meine Preisprognose. Für mich ist sowieso immer so dieser Kernpunkt, wenn ein Altcoin schon mal einen Bullrun hatte. Und das ist Chainlink. Aber Chainlink, muss man auch dazu sagen, ist für mich eins der stärksten Projekte eigentlich auch sogar. Weshalb ich hier sogar ein bisschen höher gehen würde. Trotzdem, ich will euch jetzt hier nicht in irgendwelche FOMO oder sowas verbreiten. Wenn ein Altcoin schon mal einen Bullrun hatte, immer erstmal das Golden Pocket durchbrechen. Danach können wir in utopische Preisprognosen gehen. Dann können wir auch darüber sprechen, okay, zumindest mal das alte Oldham High und dann auch das 1618. Da sieht die ganze Sache schon wieder deutlich, deutlich positiver aus. Aber, wie gesagt, das sind Prognosen. Möglicherweise wichtig ist das Golden Pocket. Dann reden wir über andere Kaufzonen. Jetzt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr von Chainlink? Habt ihr schon im Portfolio? Werdet ihr nochmal ein bisschen nachkaufen? Was haltet ihr von den Kaufzonen oder wie kauft ihr? Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, ja, war es das für das heutige Video. Wir hören uns morgen auf jeden Fall wieder zum nächsten Altcoin-Update-Video. In der Gruppe wird auf jeden Fall wieder abgestimmt. Und dann war es das von mir. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quiet.